Portugiesen dazwischen. Sie sind auch schon wieder zu 8 im eigenen Strafraum. Bruxmüller, Konitzka und Tor! Konitzka! Konitzka! Bruns und Tor! Tor durch Bruns, 2 zu 0. Wundervoll, liebe Russen. Bruns gegen Humberto, wo es abkommt. Emmerich, Bruns, 3 zu 0. Da war das dem Tor durch Bruns, 3 zu 0. Und nun sind die Menschen hier nicht mehr zu halten im Stadion. Von allen Seiten strömen sie nun auf den Platz. Bruns, 3 zu 0, 37. Spielminute. Und ehrlich ist das nicht. Wusab und Tor. Das 4 zu 0 durch Bruns. Ein wundervoller Schuss gegen den Pfosten. Diesmal hat Sturm geschossen. Wusab am Ball. Und Tor! Wusab 5 zu 0. Wusab 5 zu 0. Wusab 5. W bun müsb parameters. Vielen Dank.